Yo! Burger machen. Für? Euch. Wer ist euch? Wilke, Ron, Hilfried und ich glaube die Jungs vom Büro. Und die Jungs vom Büro. Hier im Pfarrhaus, Cats Spezialburger. So was habt ihr noch nie gesehen. Also der ist wirklich geil. Und? Bohnenkroketten. Bohnenkroketten und Pommes. Sind die schon durch? Die sind nur vorgebacken. Warum macht man das Vorbacken auch noch? Ich pass die mal zweimal, dann werden die schön knusprig. Könnt ihr euch gleich drauf freuen, ich gebe eine Runde Burger aus für die Jungs im Büro und Wilfried, damit Ron nicht immer mit mir motzt. Moin mir Nanne. Guten Tag der Herr. Also dürfen wir in Zukunft auch nicht mehr herkommen. Was ist denn jetzt? Sag mal kurz was los ist. Was ist jetzt indirekt los? Sag das nochmal. Warum dürfen wir hier nicht mehr sein? Ich frage uns, ich möchte. Weil wir zu laut sind, wenn du hier bist. Dann grünen wir immer zu viel, wir verschrecken die Gäste. Ist doch keiner hier. Nee, warum? Ja, doch ich habe gerade sogar gestiefelt. Nein, aber sie hat ja recht. Masken tragen, testen, etc. Ja, aber wir sind ja als Firma hier. Ja, ja. Was filmst du eigentlich das jetzt schon wieder? Neuer YouTube-Kanal. Wie heißt der denn? Wie heißt der denn? Wilkes Burger. Gleich nach Wilkes Frühstück. Genau, genau. So eine Eintagsliege halt. Und der heißt halt auch nur Wilkes Burger, weil das ist ein Kanal, wo ich Burger ausgebe. Also ein Video im Jahr. Ein Video. Mensch, das läuft ja wieder. Danke, Mann. Guck mal, wie romantisch ich das hier für euch gemacht habe. Ich muss auch sagen, mit Kerzen. Ich habe gehört, du bist so ein Romantiker, Carsten. Finde ich, ja. Weißt du, das ist ja auch so, die Videos machen einfach noch mehr Spaß, wenn Carsten dabei ist, oder Nico? Ja, 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 ja. Weil das so seriös auch ist. Ich dachte, ich bin jetzt seriös. Nein, nein, du bist der kurze. Der kurze seriös. Weil kurz seriös. Nur ganz kurz. Also kurz. Was ist los, Ron? Was? Du bist hier der stille Beobachter? Hast du alles im Blick? Hast du schon was zu motzen? Nee, noch nicht. Aber gleich. Du sitzt da wie so ein kleiner Junge. Du bist schon mal ein Sieg, du bist schon wieder angepisst. Irgendwie so Bocken, ne? Ja, weil dir gesagt, du sollst die Scheiße mitnehmen und zu uns bringen. Dann sind sie doch kalt. Nee, wir haben auch warm, wenn du Boxen scheiße sind. Jetzt wird sogar keiner hin. Oh, was passiert hier? Wir haben hier nicht den ganzen Tag Zeit, so wie du den ganzen Tag mit Eier an der Hand, die Hand an der Eier durch die Gegend pimmeln kannst. Und mit dem Fahrrad so gemütlich viel Zeit, der mit dem Fahrrad so fahren kann. Ja, in einem Satz alles geschafft hat. Werbeunfreundlich in zwei Sekunden. Du schaffst es in zwei Sekunden. Wie gestalte ich das Video Werbeunfreundlich in zwei Sekunden? Wir müssen morgen einen Burgerwagen kriegen zu uns. Hast du auch nichts von gesagt? Ich habe gestern im Büro gesagt, soll ich mal was zu essen ausgeben? Dann kommt von Carsten, was hatten wir denn noch nicht? Oder lange nicht mehr? Burger? Dann hast du gesagt, dann hol doch Burger. Nee, sind sie kalt, können wir im Fahrhaus essen? Ja, dann fahren wir ins Fahrhaus. Jetzt sind wir hier, du sitzt da wie ein kleiner, bockiger Junge, streitest dich mit Wilfried, Video in unter zwei Sekunden werbeunfreundlich und motzt, warum wir das nicht im Büro essen. Ist ihm auch so scheißegal, dass die Videos werbeunfreundlich sind. Wie gehst du noch eh da nichts mit? Nicht mehr. Ach du hattest mal? Klar. Meinst du, wie ich mir den ganzen Reichtum leisten kann? Ja, haben kannst du auch so Burger essen, Alter. Früher war es nämlich mal ein Steg. Jetzt sind sie doch Burger. Mit so einer bist du nicht. Ich kann mir nicht vorstellen. Steg sind so teuer. Ja, eben. Sagt wir. Haben halb eins gesagt, du sagst jetzt eins. Halb eins wollten wir los. Carsten, was haben wir gestern gesagt? Was ist los? Also ich glaube, vor zwölf sollte schon alles fertig sein. Ja, genau. Ach so. Im März 23. Wann bist du denn heute so ein Grantelbart? Grantelbart? Weil ich schon drei Stunden mit dir verbracht habe heute Morgen. Und dann bin ich Grantelbart. Und ich die heute Abend wieder dranhängen kann. Und ich zu Hause wieder Ego kriege, weil ich keine Muse schon mit meinem Sohn verbringen darf. Und weil hier schon wieder so eine Scheiße ist. Warum bin ich denn immer schuld an allem? Eigentlich bist du doch immer an allem schuld, Nico. Heute nicht. Heute nicht. Heute ist ja hier, äh... Werde nicht da ist. Gott sei Dank, der Zierten ist da. Jetzt kriege ich heute keinen Lack. Guck mal, selbstgemachte Eistee. Hast du schon probiert? Ja, der schmeckt genauso wie der vom Aldi aus dem Tetra Pak. Aber eins zu eins. Ja, aber da... Nee, der schmeckt gut. Den mache ich auch gerne. Aber der schmeckt genauso. Der ist aber wirklich selbst... Der ist selbstgemacht. Komplett selbstgemacht. Der hat ja sonst nichts zu tun, als selber hier Eissee hier anzusetzen. Kostet ja kein Geld. Boah! Diese ruhigen Videos, das wäre mal was. Ein Zehn-Minuten-Video, wie du einfach traurig in die Welt blickst. Zeig mal, wenn ich am Essen bin. Ja, wenn du traurig in die Welt guckst, zehn Minuten lang. Ich guck jeden Tag traurig in die Welt. Aber warum denn? Allein schon, wenn ich morgens aufstehe, sitze ich eine Viertelstunde auf der Bettkante und frage mich nur warum. Warum ich? Warum ich? Und dann spiele ich mir den ganzen Tag vor Augen ab. Kommst ins Büro, siehst Nico. Carsten, hey! Dann immer derselbe Ablauf. Ich gehe in mein Büro. Ich mache den Computer an. Rechnungen. Rechnungen liegen auf dem Tisch. Dann gehe ich in die Küche. Machen wir einen Kaffee. Heute morgen habe ich den Milchtank dran gemacht. Und ich drücke da drauf. Und mache da raus. Nur Wasser. Oh, schön Spili. Schön Spili. Das kann auch wenig wahr sein. Wenn ich auch schon den durchdrehen kann und morgen ganz schön durchdrehen kann. Ich sage, dann ist das eine faule Sau. Die kann mir nicht mal den scheiß Milchtank fertig machen. Weißt du? Ja. Sie gönnen dir auch nichts. Ja, sie gönnen mir nichts. Und wenn ich dann zum Tisch gucke und ich möchte ein Brötchen essen, dann ist das kein Brötchen. Dann ist der Tag sowieso gelaufen. Weil es hat ja auch keinen Grund. Und dann kommt der helle Ritter in der weißen Rüstung. Weil, ich habe mich ein bisschen versprochen, in der glänzenden weißen Rüstung. Weil er so ein Modefreak ist. Ich und gebe eine Runde Burger aus. Das bringt wieder Sonnenschein in dein Leben. Du merkst die Begeisterung gerade, ne? Du brauchst gar nicht so süffisant grinsen. Oh, Burger sind im Anflug. Take a case. Take a case. Oh, Sand. Burger ist wirklich geil. Der guckt den ganzen Mann an. Hier im Fahrhaus. Aber gehst du beim McDonalds auch. Ich brauche dir nicht herkommen unbedingt. Nein, Quatsch. Hier, guck dir das mal an. Ist doch Wahnsinn, oder? Also für 48,50 so ein Teller ist absolut Kev. Moin. Moin, Kev. Na? Na, what's going on, Kev? Du bist ja ein Amerikaner. Ja. So. Immer mit dem. Immer mit dem. cuando eher mit dem Dach. Ja. Da. Im Mückmys. Im Mückmys, wird es schlafen Cost. Vielen Dank.